Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen extrem spektakulären Spaceline-Folge Call of DD Infinite Warfare Zombies Und jetzt gut aufpassen, Mr. Willard Ich bin sowas von bereit für meine Nahaufnahme Ich gehe weiter In der letzten Folge haben wir hier verkackt Strom an Das sollte etwas Nützliches mit Strom versorgen Hoffe ich Die Bühne Die Bühne ist bereit Bereit für eure Zerstückelung Und bitte haltet euch nicht die Bühne zurück Das Publikum muss quasi trefen Ah Ich Kann Ich Nicht erwarten Diese Seite des Parks zu sehen Ich hoffe damit werden viele Zombies sterben Für immer Ihr Glück und ihr Schicksal Liegt in ihrer Hand Auf jeden Fall Auf jeden Fall Mit Ich 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 Sie Ich 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 Also das ist genau das, was ein Mädchen hier braucht. Shit. Das ist einfach cool, um Zombies zu töten. Hier muss irgendwo ein Stromschalter sein. Wer kann denn sowas gebrauchen? Und rein damit's! Jetzt noch zwei! Ich liebe es, wenn wir Munition bekommen. Wow! Das hat mir gefallen! Der Ort ist total widerlich! Hm. Also, falls jemand Lust auf Hausaufgaben hat, ich hätte hier einen Taschenrechner. So, ich hoffe, wir schaffen es diesmal ein bisschen weiter. Das sieht wichtig aus, ich behalte das besser mal. Halt du mal. Ich meine, echt, das ist ja wirklich ein wichtiges Teil, ne? Ja. Und warum? Oh. Ich fühle mich wie eine Superheldin. Ja. Ja. Wattatatat, jungs und Mädels. Wattatatat. 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 Diese Viecher machen mich ja echt wahnsinnig. Wattatatat. Wattatatat. Wattatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat und sie sterben Großartig! Immer dem gelben Ziegelsteinweg folgen. Hier muss irgendwo ein Schwimmschalter sein. Also das ist eine Kanone. Krawalle in die Schandale. Ich dachte ich mache Radar, aber irgendwie sagt er Krawalle. Ich bin jetzt noch 2 von 1 und 3. Oh ja ja ja! Oh ja ja ja! der schluss oder galaktisch galaktisch von galaktisch hausen wenn du galaktisch und galaktisch meinst dann ja glaube ich dir aber wenn du das jetzt galaktisch meinst dann halt deine fräser dinge die boom machen Und ich hänge in der Ecke fest. Geil! Fütter Flasch! ein bisschen was aufregenderes hätte es schon sein dürfen ja 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 der war daneben. Und der war auch daneben. Und der war auch wieder Treffer. Okay. Der war direkt daneben. Und werft doch. Treffen. Jetzt habe ich genauso viele wie vorhin. Junge, nein. Das kann ich schon wieder sein. Hm. Das ist vielleicht eine Karte. War ich jetzt irgendwie tot oder so? Ja, jetzt muss ich erstmal mit Granatenspielen. 2.000, Alter. Was zur Hölle soll ich damit? Ich nehme die da. Mit ein wenig Bumm dazu. Deshalb hätte ich das Sportlauten tragen sollen. Alle meine Freunde haben maximale Munition. Ich will das auch. Das ist ein Anliegen von draußen. Ich muss ein paar dieser Bonbon Extras ausprobieren. Sie sehen total lecker aus. THEM Tierstellung läuft! Und rein damit! Und hier ist mein Ende. Nichts, was es zu tun ist. Es gibt viele russische Flüsse und die Gerüte und die Infos weitererungen. Ja, dann wird hier etwas dem Rechte und die Rauch. Ja, so wie immer. Hör mal rein. Das ist eine... ...Spielzeug-Rakete! Was fangen wir denn damit an? aber auch nicht auf zu laufen also das ist genau das was ein mädchen hier braucht kann ich nicht weit so viel munition kann man nie haben das war so eklig das ist der letzte war aber auch irgendwie enttäuschend naja ich habe zwar mehr erhofft aber naja liegt hier nicht normalerweise irgendwie was schon klar das ist das totale siegerdeck war noch mal der automat jetzt mal kurz zum dings mystery box danke für die punkte ich habe gerade einen kleinen roboter kopf gefunden las doch diesen albernen kleinen roboter er steht nicht bitte nicht verlegen die party kann losgehen mir ich frage mich auf verbarrikadierte fenster diese dinge aufhalten würden das sieht total heftig aus einfach mal die 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 Ah, das war überhaupt nicht meine Schuld. Schussfackei! Gehen wir einkaufen! Komm schon, Mama braucht ein paar neue Schuhe! Ja, ich habe noch keine Schuhe! Ja, das ist die Schuhe! Ja, das ist die Schuhe! Das ist die Schuhe! Ich liebe es, wenn sie so sterben! Was zur Hölle soll ich damit? Immerhin besser als nichts. Oh, ich brauchte ja auch unbedingt mehr Tickets. Ja gut, läuft doch. Läuft geschmierter als letztens mal. Haas? Ich hab noch gesehen, dass noch Rainer gelebt hat. Ich war für Arsch. Ich grüße all den Spaceland-Raumgerin. Die Spaceland-Ticketpreis-Gruhe wird wieder mit tollem Zeug ausgefüllt, das euch hilft, die Einheiten in den Griff zu bekommen. Vielleicht haben wir das ausgefüllt. Oh, jetzt kam sie zu lösen. Dann schliessen sie. Dann schliessen sie die Spaceland-Raumgerin. Dann schliessen sie die Schuss-Order. Dann schliessen sie in den Griff. Dann schliessen sie. Dann schliessen sie und die Spaceland-Raumgerin. Ich schätze, ich sollte es ihm zurückbringen. Wer kann denn sowas gebrauchen? Unvermisslich. Das war ja total einfach. Das ist dir sagst du, ne? Richtig. Die Munition wäre alles geil. Nur eine freundliche Erinnerung an alle unsere Gäste. Nutzen sie unbedingt die Extra-Station. Die sind super groovy. Ah, die verbluten oder so oder wie? Also das ist eine Kanone. Auf und auf! 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 Das ist er. Auf und auf! Noch nicht, Aber ein gutes Auto sind Revelation, sicherhin deretischen Mai. Das ist das immer reinkam. Ooh! Wie fiel auf die Kotze Faust ist das ganze das ganze Spiel? Was sind du denn da? Ja. Mane. Das ist anstrengend. Du wirst mich ja wohl verarschen. Das Spielchen wird ja noch gehen. Ich will auf keinen Fall zurück an diesem Ort. Der Roch ist total nach Nerds. Aua, aua, schluck, 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 schluck. Nein, noch nicht schon wieder, hey. Okay, ich bin jetzt. Ich werde jetzt eh sterben, also. Ich erfluck. Warum? Nein. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, 50. Das ist doch ein Witz. Ne, 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 ich will mich hier betrogen. Wo sind das hier eigentlich? Alle habe ich erwischt das erste Mal hier. Ich bin verarscht. Ich fahre gerade auf das höchste Gedicht. Willkommen auf dem Antonien Hunter Schießgang. Sehr gut. Gut geschossen. Voll mit schwarzen. Guter Schuss. Gut geschossen. Guter Schuss. Sehr gut. Sehr gut. Voll mit schwarzen. Guter Schuss. Guter Schuss. Sehr gut. Sehr gut. Guter Schuss. Voll mit schwarzen. Gut geschossen. So gut an der Schuss. Jetzt wird es aber wirklich Zeit hier zu verschwinden. Ja, jetzt sind wir tot. Ich will auf keinen Fall zurück an den Ort. Der Roch ist total nach. Ähm, ja. Und ich bin schon wieder eingezwingt. Und ich bin eingezwingt. Und ja, ich bin dort. Und der Riesen kommt mit. Oh, oh mein Gott. Oh, hey, was war das? Das hat mich gekillt. Junge. Okay, Leute, das war es mit der Folge Call of Duty Infinite Warfare. Oh, Zombies. Ich hoffe es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir hoffentlich David Hasselhoff sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.